Wie läuft der Ersttermin bei Dentapothea? Krankheit verhindern bedeutet Krankheit verstehen. Und aus diesem Grund haben wir ein kleines Video gemacht, wo wir erklären, wieso der Mensch seine Füllungen hauptsächlich im Seitzahnbereich hat. Denn wären die Zähne schlecht, dann wären sie ja alle schlecht, auch zum Beispiel die Unterkieferfront. Wie er das verhindern kann, erfährt er ebenfalls im Video. Alles digital abgebildet. Gemeinsam mit dem Patienten gehen wir hier das Röntgenbild durch. Es werden Befunde und Diagnosen erstellt und entsprechende Wünsche des Patienten, ein Therapieplan. Er bekommt dann ein PDF nach Hause gemailt. Jeder Punkt ist mit YouTube-Links unterlegt. Wir haben mehr als 2000 Videos online. Der Patient kann sich zu Hause in Ruhe entscheiden, kann uns hinterfragen. Und wenn er sich dann für eine Therapieoption entschieden hat, reicht nur noch ein Anruf im Office und los geht's. Egal ob Kassen- oder Privatpatient, jeder bekommt bei uns die gleiche standardisierte Aufklärung. Mein Name ist Jaroslav Pelski.